Jetzt zieht das zur zweiten Ecke, diesmal von der anderen Seite. Und er ist drin! 1-0 Offenheim! Oh je, am kurzen Pfosten ist er durchgehuscht. Was war das denn? Direkt? War da niemand mehr dran? Und dann der zweite Eckball. Wohl niemand mehr. Oh, da sieht Merle Frobs natürlich nicht ganz so gut aus.